Das Hotel Riva del Sole liegt in Mon Iga del Garda in Gardasee. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hotel Riva del Sole eine weitere Empfehlungsrate von 53%. 36 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,1 von 6. Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,1 von 6 Sonnenwert. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,6 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.